Herzlich Willkommen bei Landwirtschaft Simulator 2015 auf der WSB Chill Map mit Fabio und mit Mr. Gamezocker. Und los geht's. Motor anscheiden. Jetzt ist er auf die Lautstärke gelassen. Wir haben noch ein paar Motz hinzugefügt. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel eine Rampe mit reingenommen. Für die Biogasanlage, dass man da besser Disolage rein tun kann. Haben wir jetzt mit reingenommen. Dann haben wir noch ein paar Traktoren. Zum Beispiel der Johnny. Einmal in dreckiger Version und einmal in sauberer Version. Dann haben wir noch ein LKW reingenommen. Mercedes. Einmal für Straßen und einmal für Gelände. Dann noch Fendt haben wir mit reingenommen. Wer ist denn der? Einmal in der Version. Einmal in die Version. Einmal in eine Version wo man zwei Reifen dran hat. Einmal in grün und einmal in schwarz. Wo muss ich denn hinfahren? Das ist im blauen Punkt. Okay. Dann haben wir noch den Fendt dabei. Haben wir noch etwas mit reingenommen? Mhm. Ein paar Forstgeräte haben wir dazu genommen. Wenn wir ja irgendwann einen Forst machen. Alter. Woher muss ich fahren? Garage. Wie viel kriegt man denn? Ich mache mich nochmal so. Ich gucke mal hinten auf. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Wir verkaufen die Ender. Jetzt. Ein schöner Same oder Same, eines von beiden wird die Stimmen jedenfalls. Wenn wir den Johnny holen, dann machen wir den in sauberer Version, also wird auch nicht dreckig der Faktor, weil die dreckige Version, der bleibt halt immer dreckig. Wir haben einen Lamborghini, einen Neu-Holland und einen Shonny. Ich bin gleich da. Gut. Wir kaufen mal gleich einen Fend. Ne, der kostet nicht zu viel. Der Trick ist klar. Weil du geraucht hast, war ganz schön. Ach, leck. Oder was? Das Ding wäre fast draußen gewesen. So sehr hat es gesponnen bei mir gerade. So sieht der Johnny aus. Das ist auch mein Kanalprofilbild. Der Johnny hier. Wenn ihr schon mal mein Kanalbild gesehen habt. Das ist dann der Hauptverantwortliche. Das macht nichts. Das kann man nicht einfach noch nicht. Nein. Ja. Jawohl. Fabio hat wieder, jetzt haben wir genauso viel Geld wie vorhin. Wir haben kein Plus und kein Minus gemacht gerade. Das heißt, direkt da wo du gekauft hast, ist das Geld weggegangen und dann ist da wo du, wo ich das wieder geschafft habe, ist wieder Geld draufgekommen. Ja. Schade, dass ich keinen Bonus gekriegt habe. Ich bin hier zwei, glaube ich. Ich gehe, glaube ich, nach zwei, glaube ich. Und hier hinbringen, glaube ich. Und sollten sie jetzt machen? Naja, die anderen. Bist du eine in der Nähe? Hast du eine? Wo muss ich hin? Einmal schon da oben, genau, bei dem T-Board. Und einmal ganz unten bei die WGA. Die Ferne, der bucht sich. Nicht schlecht. Die Ferne sieht schön aus. Oh, je, je, je. Alter Schwede. War es bei dir auch so? Ja. Nur, dass ich nichts draufgehabt habe. Mhm. Bei mir was auch. Ich guck mal, ob es in den Universen Missionen gibt. Nein. Ach so. Das andere ist Mais. Also. Ah, du musst einmal zum T-Board hin, wo du grad bist, ne? Und einmal bei, in der Nähe von, wo man die Schafwolle verkauft. Und ein Dinner ist. Also weiß ich, wo es ist. In der Nähe von die 18. Feld 18. So. Hier haben wir uns, wo die Stacke ist. Huh. Hier noch das Maus. Oh, fuck ja, da kann ich noch verheißen. Wo muss ich jetzt von da fallen? Ich muss ein Bahnhof. Aufnehmen. Ja, ja. Ja, da fährt sich gut. Hm, die fährt sich gut. Ah, mein Gott. Da, keine Probleme. Bei einem Grasenminkrad. Der schöne Schoni. Jetzt haben wir zwei neue Traktoren. Die zwei rote sind jetzt weg. Und dafür haben wir jetzt einen Lamborghini und einen, nein, schon die. Und zwar in 7930a. Da waren wir die Besten. Ein bisschen fehlt noch. Die Modtraktoren, die, die hutschen auch nicht so. Die, die Standard, ne. Die, die machen jetzt so. Okay, Fabi. Die wutschen nicht so. Boah, der Wagen hat aber hier. Hey. Hey. Das sieht man doch. Da ist ein bisschen so ganz smart. Ja. Ah. Yo. Ich muss mal die Station rein. Ah, ist nicht vollkommen. Hier war gerade ein Möder-Sound lauter als die Musik. Halt. Okay, ja komm. So. Jetzt wackelt er wohl nicht mehr. So. Da haben wir noch kein Gras. Nein. Und hier auch nicht. Okay. Aber da ist eine Wackelmisse. Wir kreisen noch in die Milchstation. Ah, gut. Ah, gut. Jetzt probieren wir nicht. Doch ein bisschen. Naja, das muss man ein bisschen stören. Dass er ein bisschen wackelt. Gehle. So. 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 Vielen Dank. So, mal sehen wie weit die Felder sind. Wie weit sind die denn? Na, nicht ganz fertig. Fehlt noch ein wenig. So, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut noch rein und noch ein wenig Asphalt. Tschööööööö... Vielen Dank.